Hallo meine Zuschauer und weiter geht es. Wir wollen uns jetzt mal um die Quest hier, um die Artefakte zu bergen kümmern. Okay, da soll ich jetzt hin. Das ist viel Kletterei, hat er gesagt. Ja, heißt das, das war dann halt. Wollen wir schon herfliegen? Angeblich soll es oben eine Öffnung geben? Nein. Ach, da darf es das mal gar nicht. Woa! Woa! Wollen wir mal... Okay... Wir gehen schon hier hin, dann... Nein... Ja, ich habe noch einen Kamm, ich habe noch einen Kamm. Okay, da drüben geht es weiter. Habe ich gerade nicht gesehen. Okay. Oh, Gottchen, sagt das Lottchen du. Ach, warte mal. So, erst mal sacken wir hier diesen Kristall ein. Ich gehe mal davon, ganz stark davon aus, dass ich da oben hin muss. Kann ich nicht auf euch hier hochkrabbeln? Nee. Okay, gut, wie machen wir das denn jetzt mal am besten? Ähm. Ähm. Gut, ich kann jetzt den. Hier entstanden, ja, aber... Gut. Ach, ja. Okay, Google Ski. Kann ich... Warte mal, kann ich die hier kaputt machen? Nee. Okay, warte mal. Dann kann man hier auch mal Licht machen. Soll ich mich immer ständig die Fackel in der Hand halten? Okay, warte mal, ich muss jetzt letztendlich nach da oben. Hm. Hm. Okay. Warte mal. Gott, was ist denn hier in den... Okay, aber jetzt gibt's hier ja... Moment mal. Ja, aber... Ja, ist das denn jetzt hier... Das kann ja hier jetzt noch nicht abgeschlossen sein. Weil... Ich hab hier noch keinen Artefakt gefunden. Äh, Moment mal. Nee, da oben ja, da oben war ich ja jetzt auch schon. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie noch ne... Ey! Ich dachte eben gerade, warte mal, da habe ich da oben jetzt das gesehen. Nee. Nee, nee. Hä, merkwürdig. Ja, also jetzt bin ich so ein bisschen... So ein bisschen... Ja, frag, weil... Dann gehen wir auch noch mal das Licht an. Weil... Ich soll doch jetzt die Artefakte finden. Aus dem Versteck und aus dem Grab des Snurfen. Ja, da hier nichts mehr ist, dann... Aber das ist doch hier das Grab von Snurfen. Da hab ich ja schon wieder völlig was verpeilt. So, hier die Knickpyramide, ne? Okay, ist abgeschlossen. Aber sch... Ja. Schatzplündern aber... Okay, gut, dann... Habe ich hier wohl jetzt nichts mehr verloren, weil... Hier ist ja jetzt nichts mehr. Dann muss ich jetzt wohl doch da hin. Gut. Wo haben wir denn hier mal ne Schnellreise? Gut, dann machen wir jetzt hier mal ne... Schnellreise. Jetzt wird mir das da wieder angezeigt. Hier. Ja, da war ich jetzt eben gerade hier. Ich bin gerade hier, ne? Bin ich in der falschen Pyramide? Nee, oder? Oh Gott, jetzt bin ich schon komplett... Jetzt bin ich komplett durch. Jetzt bin ich komplett durch, also... Gut. 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 arbeitet zusammen ich habe keine lust mit ihnen anzulegen spielt mit jemand anderem das war schon richtig das war gerade schon richtig war hier schon richtig naja aber jemand das blaue da da muss ich wohl hin gut der blaue wie komme ich da hin ich war ja hier schon jetzt frage ich mich nur wie kommt hier wasser hin und hier ist auch nichts durchdrucken kann oder ich dachte vielleicht dass da unten vielleicht noch ein gang wäre wo ich durchtauchen kann nur dazu aber so Okay, aber jetzt... Ja, aber wie geht es denn jetzt hier weiter? Da oben vielleicht? Okay, gut. Ach, da oben! Da oben geht es weiter. Da oben geht es weiter. Oh, ja. Ach, schade. Okay, warte mal. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Ich muss jetzt hier irgendetwas so schweres rauffliegen, dass... Das mehr wiegt aus meinem Körpergewicht, sonst holt es hier nicht hin. So, warte mal. Haben wir denn hier noch irgendetwas, was ich da hinpacken kann? Nee. Nein. Mhm. Hmm. Gut, probieren wir es einfach mal. Ja, das hat gereicht. Innerhalb von drei Jahren haben wir mehr als die Hälfte dieses großen Mauerwerks vollendet. Die Mannschaft der Handwerker. Hm. Dieses nichtssagende Artefakt muss irgendeinen Wert haben, wenn es bei diesen Schätzen aufbewahrt wurde. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Alles klar, dann haben wir es doch noch hingekriegt. Jetzt kann ich jetzt auch noch ein bisschen tauchen gehen. Toll, hätte man das Feuer hier geahnt, hätte man den Weg auch. Und so umnehmen können. Hast du schon beide Artefakte? Nee, noch nicht. Ich versuche noch immer einige von Manetos Schriften zu entschlüsseln. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Hm. Hm. Ich versuche noch eine Gange, ich versuche noch ein paar Sachen zu sehen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Von wem? Uiuiui, das tut weh. Okay, dann warten wir mal, bis ich ihn wieder aufgepumpt habe. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, ich sehe jetzt hier aber niemanden. Ach, da oben steht er ja. So, warte mal. So. So lieb und komm runter. Dankeschön. So. 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 So, meine Frage, kann ich vielleicht auch? So. 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 wer schießt denn da ist auf mich doch das muss das artefakt sein dass die banditen merkes gestohlen haben seltsam ich gehe zum merkes mal sehen was das für artefakte sind du hättest nicht herkommen zu merkes wo ist der typ dann der war da blöde ist hier kein schneller als punkt in der nie ist so doof ist gut da muss ich mal gucken habe ich jetzt hier mal hochkomme ja hoch damit hier oder wieder machen so warte mal jetzt bin ich auf der straße hier und dann morgen bleiben wir Das machen wir jetzt noch und dann ist er Part auch wieder zu Ende. Ich habe die anderen beiden Artefakte. Aha! Das bestätigt meine Theorie bei Rehe. Das ist es. Diese Artefakte bilden ein Diagramm, aber ein Teil fehlt. Man kann sie nicht zusammensetzen. Aber es gibt einen Abschnitt in der Ägyptiaka, in dem es heißt, der Weg ist frei an der nördlichen Spitze. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von dem Pyramideon oben auf Snufros Grabmal sprechen. Der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Die kostbaren Schätze des Snufru galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein! Nein! Natürlich nicht! Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Hm. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. Alles klar, gut. Aber das sollten wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und unser Tastik soll wieder dabei. Bye-bye!